Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe heute den zweiten Teil meines Beauty Hauls für euch. Den ersten Teil könnt ihr euch sehr sehr gerne in der Infobox anklicken. Da habe ich euch gezeigt, was ich so von zwischen Dezember und Januar gekauft habe. Ich habe jetzt praktisch meinen Ende Januar Februar Haul noch für euch und ich habe einige neue Items dabei. Viele Sachen, die ich auch so jetzt im Laden gefunden habe. Ich habe jetzt ein paar Items dabei, die ich jetzt aus dem neuen Essens-Sortiment oder aus dem neuen Catrice-Sortiment jetzt in den neueren Aufstellern gefunden habe, diese Pre-Aufsteller. Und ich würde euch auf jeden Fall sehr sehr gerne zeigen, was ich gekauft habe. Seid ihr noch nicht Abonnent meines Kanals, dann tut doch das bitte. Das ist vollkommen kostenlos. Ich würde mich wahnsinnig freuen über euch und ich würde sagen, wir schwätzen nicht weiter und ich zeige euch jetzt, was ich noch den Rest des Monats eingekauft habe. Ich nehme euch mal ein bisschen näher an mich ran und zwar, wir fangen mal an mit dem mit dem Douglas Haul. Also Douglas hat ja, die ich glaube über Rabatzcodes gerade 15% Rabatte gehabt. Ich würde, ich kaufe auch grundsätzlich nie ein ohne Rabatte, weil ehrlich gesagt, warum solltet ihr, wenn ihr praktisch Rabatte bekommen solltet, halt darauf verzichten. Und die hatten auch eine coole Aktion und zwar 3 von 10. Da konntet ihr praktisch euch so zum Beispiel, das ist so eine kleine Probe, das habe ich übrigens drauf, deswegen muss ich die euch zeigen. Das ist eine kleine Probe CC Cream von IT Cosmetics in der Farbe Medium. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich liebe dieses Finish. Ich habe die jetzt 5 Stunden drauf, die Foundation. Sie ist so, so dünn, aber irgendwie total angenehm auf der Haut. Und ich zeige euch mal, was dieses 3 von 10 bedeutet. Also ihr konntet euch praktisch 3 von 10 geschenkten Items aussuchen. Da sind teilweise richtig große Sachen dabei, wo ich mir dachte, oh wow. Und ich zeige euch mal jetzt, was ich geschenkt bekommen habe. Ich habe hier einmal das Hugo Boss. Das habe ich mir jetzt mitgenommen. Dann das Coco Chanel Mademoiselle. Ehrlich gesagt, weil ich will jetzt nicht irgendwie so geizig kriegen, aber ich habe wirklich kein einziges großes Parfum, wo ich sagen muss, oh mein Gott, das hat mir wahnsinnig gut gefallen oder so. Überhaupt nicht. Ich bin da irgendwie sehr, sehr geizig, muss ich sagen. Also ich bin da ehrlich gesagt ganz dankbar, wenn ich so kleine kriegen kann. Bin auch überhaupt nicht gescheut daran, mal im Dulas zu fragen, ob ich da mal so eine Probe haben kann oder so. Dann habe ich zwei davon. Allerdings habe ich eins schon im Bad. Das ist die La Vie et Belle. Und zwar, das ist richtig groß. Das ist wirklich, das ist schon relativ viel. Das sind 50 Milliliter. Ist das eine Body Lotion, die halt mit dem, also ist parfümiert natürlich, ja. Und die liebe ich. Also gerade so, wenn ich weggehe, so am Hals entlang oder so. Ich liebe diese Creme. Und die trage ich mir dann immer so auf den Handinnenflächen und am Hals entlang auf. Und die riecht halt so toll nach dem Parfum. Und ehrlich gesagt trage ich sehr ungern Parfums. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade, also dieser Pulli ist zum Beispiel mega. Das ist ein XXL Pulli aus der Männerabteilung von Primark. Und ich liebe den einfach. Ich habe, schaut mal, das ist diese CC Cream. Dann habe ich mir die CC Cream von It Cosmetics aussucht. Das ist wie gesagt, die, die, was ich im Gesicht trage. Wunder, wunderschöne Foundation. Ich trage, ich habe ja selber gerade im Gebrauch die CC Oil Free. Das ist die matte Version. Aber ich bin da noch ein bisschen mit so einem Colourpop Highlighter drüber gegangen. Ich habe da dieses Quartier benutzt. Und zwar diese Farbe und diese. Und bin über die höheren Punkte meines Gesichtes drüber gegangen. Das sieht so, so schön aus. Leicht Bronzer. Und ich kann auch ein bisschen näher kommen. Ihr könnt halt genau sehen. Ihr seht, also meine Haut sieht noch sehr echt aus. Äh, praktisch skinnecht. Aber muss trotzdem sagen, dass es wirklich sehr, sehr schön aussieht. Das Finish ist sehr leicht. Ähm, ich finde es auch super angenehm auf der Haut. Also ich habe auf jeden Fall zwei von den CC Creams. Die andere fährt hier irgendwo noch auf dem Tisch rum. Und dann habe ich eine Tiger Grass Repair Serum bekommen von Dr. Jart. Ich weiß, ähm, das sieht so aus in groß. Ich muss mal schauen, was das ist. Ich weiß gar nicht, was das ist. Auf jeden Fall habe ich das zweimal mir, weil ich zweimal bestellt hatte. Und zwar separat. Weil ich bin ja nicht ganz so doof. Also wenn ich sowas sehe, dass es so extra Sachen gibt oder so, dann separiere ich die Bestellungen, die ich einfach habe, damit ich doppelt davon habe. Das ist ein guter Tipp für euch. Weil warum sollte ich denn alles auf einmal bestellen? Vielleicht 100 Euro, wenn ihr ab 50 Euro was bekommt und nochmal 50 Euro. Also ich finde eigentlich grundsätzlich nochmal irgendwas, um das aufzustocken. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal diese beiden. Und dann habe ich noch was gefunden. Und zwar die Trouble Maker Mascara von Urban Decay. Ich stehe eigentlich überhaupt nicht auf teure Mascaras, weil ich ja wirklich, also ich habe die heute zum Beispiel gar nicht getuscht. Aber ehrlich gesagt, wenn es so Proben gibt. Ich habe auch von der Big Girl Bang Mascara damals eine gehabt. Die Verpackung sieht so aus. Ist halt richtig klein. Ich weiß auch gar nicht, wie die in echt aussieht. Schaut mal, das ist die Trouble Maker. Normalerweise die Köpfe sind relativ groß. Genau. Und dann habt ihr praktisch diesen passenden Kopf, nur halt in der Miniaturversion. Und ich finde die sehr praktisch, weil leider ist die Lebenszeit von solchen, ich sage jetzt mal Produkten, ja doch nicht so hoch. Und ich zeige euch mal jetzt den Rest, was ich gekauft habe. Und zwar die zweite Bestellung, die ich aufgegeben habe, habe ich alleine für diese Pinsel gemacht. Ich habe einen YouTube-Kanal abonniert, der heißt Raw Beauty Christy. Das ist eine so, so geile YouTuberin. Kann ich nur empfehlen. Eine Amerikanerin, die macht auch so geile Halloween-Specials. Und die hat diesen, also ihr seht das jetzt nicht so ganz, das müsste ich hier halten, diesen It Cosmetics X-Brush. Der kostet 29 Euro. Der ist echt nicht billig, Leute. Aber ich habe gleich zwei bestellt, weil das ist eine Limited Edition, die im Internet für über 100 Euro verkauft wird. Ich zeige euch mal den Griff. Der ist so schön. Das sind so richtig kleine, schöne, seht ihr das so? Aber nicht das so flüssig, sondern es ist praktisch in dieses, die Halterung. Es ist ein unfassbar, ich habe den jetzt heute auch benutzt. Leute, das ist der Hammer. Also ihr könnt in Kreisbewegungen super krass, also ich muss sagen, ich habe mir extra ein Backup gekauft, weil ich wusste, der ist gut. Ich habe den so oft bei amerikanischen YouTubern gesehen und der hat mir so krass gefallen. Nicht wegen dem, ich sage mal, etwas kindlicherem Aussehen oder so, sondern einfach wegen dieser Art, wie er gebunden ist. Also ihr habt halt durch diese Herzform hier halt super Möglichkeiten, in Kanten reinzukommen. Oder ihr dreht praktisch das Kreuz ein, so praktisch und tappt so rum, dass ihr wirklich durch die Herzform, die jetzt nicht so stark ausgeprägt ist. Das seht ihr auch so von oben herab. Und ich fand auch diese Verarbeitung sehr, sehr schön. Also It Cosmetics hat ganz tolle Pinsel. Ich würde mir jetzt allerdings nicht so viele davon kaufen. Also gerade Foundation Pinsel sind sehr, sehr gut. Ich selber, ich benutze ja noch die Sigma Brush. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Die kostet auch so etwa 40 Euro. Die ist aber sehr weich gebunden und die zum Beispiel ist besonders gut, um sehr, sehr hohe Coverage, also sehr hohe Deckkraft zu erreichen. Und die, wie gesagt, habe ich dann mit 15% gekriegt und dann haben die knapp 23 Euro gekostet. Ist immer noch wahnsinnig viel Geld, aber ich muss euch sagen, das hat sich wahnsinnig gelohnt. Es ist eine wunderschöne Foundation Brush. Ihr könnt so flawless eure Sachen einarbeiten. Unglaublich. Dann ein kleiner Zwischending. Ich war kurz beim Rossmann und habe diese Palette von Essence entdeckt. Good Day Sydney und habe die hier. Ich kann jetzt meine Farbe swatchen, weshalb ich sie auch mitgenommen habe. Die Paletten, also ich habe von der Alida einige Swatches gesehen. Diese Palette ist noch eines der guten Paletten. Diese Salue Paris oder so, die ist nicht so toll. Von den Farben eigentlich total meins. Also so schön mauve, rosa, weil ich trage ja doch relativ viel sowas. Aber dadurch, dass ich halt das meiste diese Looks mit der Blood Sugar Palette von Jeffree Star schminke, ist das eher so nicht so meins. Wenn ich halt die schlechte Qualität finde, dann bin ich halt nicht so überzeugt davon. Und habe die jetzt mal mitgenommen. Die hat mich, glaube ich, mit den Prozenten, die ich gehabt habe, ich glaube 5,40 Euro gekostet oder so. Ich finde sie ganz cool. Ich werde die mal in einem Get Ready With Me auf jeden Fall testen. Das wird nächste Woche auf euch zukommen, dass ich die neueren Produkte in Action zeige. Also wirklich Foundation, Augenbrauen eher nicht. Aber die Sachen, die ich noch habe. Dann habe ich hier von Zoeva die Coffee Palette. Ich mag Zoeva Paletten wahnsinnig gerne. Ich habe allerdings in letzter Zeit so wenig die in Einsatz gehabt. Und ich habe so super Sachen gehört über diese Palette. Ich liebe diese Farben. Und Zoeva hat halt so ein bisschen das Problem, dass die manchmal sehr, sehr komisch von der... Also matte Töne sind halt unfassbar schön bei denen. Aber die haben ganz, ganz unterschiedliche Qualität. Also ich hatte schon Paletten, die waren nicht so gut. Das hat damals auch die Alida schon gesagt. Und ich habe auch die ganzen anderen YouTuber immer verfolgt und geguckt. Aber diese Coffee Palette, da habe ich schon länger ein Auge drauf geworfen. Und mit den 15 Prozent fand ich es dann okay. Da habe ich jetzt dann 18 Euro bezahlt. Ich werde die auch in dem Get Ready With Me auf jeden Fall mal testen. Deswegen, ich erkläre euch auch später etwas zu meinem No Buy, was jetzt für drei, vier Monate kommen wird. Weil ich jetzt einfach... Ich bin mittlerweile so übersättigt von den Sachen. Das ist echt nicht normal. Ich werde euch da ganz zum Schluss vom Video. Bleibt also gerne, gerne dran. Da werde ich euch ein bisschen erklären, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe hier jetzt noch ein paar Items. Bevor es dann zur großen Bestellung von Beauty Bay. Ich habe mir nochmal einen Blush von Physicians Formula bestellt. Ich bin eigentlich mit... Ich habe die Farbe Plum Rose gekauft und war halt nicht so bezeugt. Ja, und habe jetzt mir so einen rosa Farben geholt, der mir jetzt persönlich etwas besser gefallen hat vom Farbstich her. Leider Gottes finde ich, dass die halt ein bisschen wenig Farbe abgeben. Aber das ist halt, wie ihr seht, also es ist so angenehm. Also es seht ihr ja gleich, wie sie sich erröten, meine Bäckchen. Ich bräuchte die in irgendwie dunkleren Farben. Also so ein bisschen Richtung Magenta. Genauso wie der Butter Bronzer riecht der nach Kokosnuss. Ist sehr, sehr cool aufbaubar. Ihr kriegt gleich so richtig süße Bäckchen. Ich habe halt Plum Rose gekauft, was bei meinem Hautton aber sehr, sehr aschig aussieht. Das sieht bald aus wie ein Konturierpuder, ehrlich gesagt. Und das hat mir dann von dem her nicht so gut gefallen. Und dann habe ich mir die neuen Infallible More Than Concealer L'Oreal Paris Concealer gekauft. Und zwar, ich habe die in der Farbe Cashew und Bisque gekauft. Ich kann manchmal hier an meinem Hautton etwas zeigen, wie die aussehen. Das ist halt sehr, sehr krass zum Inner Corner Conceal. Ich habe den heute aber noch nicht getestet. Das wird jetzt alles noch kommen. Und dann habe ich noch die Farbe Cashew. Das ist eher so die Farbe, die ich so im Allgemeinen tragen würde. Leider Gottes habt ihr keine Referenz. Seht ihr? Also ich hoffe, ich könnte es sehen. Also der ist sehr viel pink. Der ist halt sehr gelb. Also das ist da so im Inner Corner aufgetragen. Also die Foundation ist sehr, sehr schön. Also ich habe die Foundation hier auch auf dem Tisch stehen. Das ist diese hier. Und das ist praktisch der passende Concealer dazu. Die Foundation kostet allerdings so viel im Angebot wie der komplette Concealer. Das ist leider Gottes eine ganz komische Anwandlung seit neuerdings. Ich wollte mir jetzt neulich den Fenty Concealer kaufen von Rihanna's Marke und habe festgestellt, dass gerade mal die Foundation 3 Euro mehr kostet, wie die kleine Packung Concealer. Da muss ich euch dann sagen, da kommt bei mir echter Geiz raus. Das gefällt mir gar nicht. Dann habe ich hier 3 der weiteren Farben der Physicians Formula Healthy Lip Produkte. Und zwar diese Lippenprodukte sind wunderschön. Es ist nicht mehr normal. Nicht nur, dass das Packaging wirklich sowas von hochwertig ist. Also es ist wirklich eine feste Verpackung. Es ist kein Plastik oder so. Es fühlt sich an wie Glas. Das ist die Foundation, die übrigens sehr ähnlich wie die IT Cosmetics ist. Also könnte ich eigentlich dupen damit. Und ich habe praktisch drei Farben jetzt nochmal dazu gekauft, weil ich habe jetzt eigentlich fast alle. Talib Treatment, also irgendwie Tulpe. Das ist ein wunderschönes, ich kann das ganz schwierig beschreiben. Das ist ein Koralle mit einem rot-pinken, also Rotstich irgendwie. Also eine total schöne Farbe. Die trocknen Velvet an, also praktisch nicht ganz furztrocken durch. Sehr, sehr schöne Farben. Dann habe ich mir ein sehr dunkles Rot gekauft, was ich auch sehr, sehr schön finde. Sie sind sehr, sehr stark pigmentiert. Also ihr seht ja, dass das hier so einen schönen Korallenstich hat. Dann habe ich hier noch eine dunkle Farbe, weil ich halt sehen würde, gerne wie stark die deckend sind, wenn die so... Man hat ja immer so das Gefühl, wenn man so dunkle Farben hat, dass die so fleckig werden. Und das würde ich hier gerne mit testen. Ich denke, das könnte schon dazu neigen. Vielleicht brauche ich auch eine andere Base. Und das ist, wie gesagt, also das sind jetzt die Farben... Das dunkle ist jetzt die Farbe Nourish Plum. Dann haben wir hier die Farbe Talib Treatment. Und das einfach dunkle Rot ist Fight Free Radicals. Also sind sehr schöne Farben. Sie trocknen sehr sanft an. Also packe ich nicht hardcore matt oder so. Ja. Aber sind sehr, sehr schön. Das waren, wie gesagt, die Sachen, die ich bei Douglas gekauft habe. Aber ich muss sagen, die krasseste... Also für mich... Das ist ganz schwierig zu sagen. Krass, ja. Ich habe wirklich so viele Produkte zu Hause, dass ich wirklich jetzt definitiv entscheiden kann, welches mir gefällt und welches nicht. Ich habe mittlerweile halb, 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 halb Drogerie, halb, ähm, halb High End. Es gibt nun mal viele Dinge. Zum Beispiel auch leider Gottes muss ich das sagen. Es gibt geile Lidschattenpaletten, die sowohl von Drogerie oder ich sag auch mal Colourpop zum Beispiel ist für mich auch eine Drogeriemarke, weil es halt sehr günstig ist. Oder halt so Pat McGrath oder Too Faced. Das sind halt sehr teure Paletten. Muss aber sagen, dass ich bei Lidschatten wirklich aus beiden Kategorien, Drogerie wie auch High End, sich teilweise wirklich ganz krass abspalten. Ich habe auch Stephree Star Paletten, die scheiße sind. Die Thirsty, die Alien Palette zum Beispiel, die habe ich jetzt auch hier. Das ist ja diese riesige pinkene da. Die habe ich nur dreimal benutzt, weil die Lidschatten sehr, sehr fleckig auf dem Auge sind. Das ist wirklich schrecklich, sage ich euch. Finde ich nicht so toll, muss ich auch ehrlich gestehen, weil ich habe mir jetzt auch die P. Louise Base bestellt. Also praktisch, dass ich eine richtige Eyeshadow Base habe. Ich habe von Urban Decay auch diese Primer Potion praktisch, habe ich auch hier. Das war auch mal bei Douglas zum Auswählen. Das habe ich mir dann auch gleich geholt. Muss wirklich sagen, gefällt mir gar nicht. Also es sah irgendwie trotzdem scheiße auf dem Auge aus. Also da muss ich sagen, da gebe ich wirklich sehr, sehr gerne Geld aus, weil ihr habt wirklich eine ganz andere Qualität. Auch zum Beispiel beim Setting Spray. Ich stehe sowohl auf die Catrice Sprays wie auch natürlich auf mein All Nighter. Das All Nighter Spray ist wirklich ein ganz krasses Level an Fixierung für euer Make-up. Da würde ich auch nicht sparen, weil wenn ihr wirklich was vorhabt mit eurem Make-up. Ich habe zum Beispiel hier auch einfach dieses, das finde ich jetzt ganz cool, das ist das HD Active Performance Freezing Spray von Catrice aus dem neuen Sortiment. Die ist wirklich toll. Also das Teil ist wirklich toll. Der Mist ist auch super geil. Der ist super fein, aber so flächig, dass ihr eigentlich nur einmal braucht und dann fertig. Aber das ist wirklich ein ganz toller Pinsel. Der ist limited, Leute, wenn ihr den noch haben wollt. Dann greift zu und jetzt gehen wir mal zur Beauty Bay. Beauty Bay war diesmal allerdings ohne Rabatt. Wie gesagt, jetzt am Ende des Videos kommen auf jeden Fall nochmal ein paar Informationen zu meinem No-Buy. Dass ich jetzt erstmal bis zum Sommer durchziehen werde, weil es ist echt anstrengend. Es gibt ein paar Ausnahmen, die werde ich euch auch gleich sagen. Aber ich habe jetzt mal von verschiedensten Marken aus absoluter Neugier, ja, mal jetzt mal ein paar Produkte bestellt. Und zwar gibt es halt neuerdings die, also ich habe jetzt, ja, ich habe schon einiges bestellt. Ich habe auch gerade von Makeup Revolution, die haben auch neue Sachen. Ich habe mir jetzt von der Marke Carity, ja, habe ich mir zwei Paletten bestellt. Und zwar, die hatten, ich hatte vom Beauty Bay noch einen 10% Code, weil ich damals bei Beauty Bay ein Produkt bestellt hatte. Und auf jeden Fall habe ich hier die Palette, The Nudes & Roots Palette. Die sieht sowas von langweilig aus. Aber ich fand, als ich die da im Internet gesehen habe, fand ich die relativ gut. Also es sind schon richtig tolle. Auch zum Beispiel dieses Schwarz ist halt absolut schwarz, ja. Und die Konsistenzen der Lidschatten sind wirklich unglaublich gut. Man könnte sie natürlich, denke ich, auch duken mit einer BH Cosmetics Palette von den Farben her. Aber von der Qualität wird es echt schwierig. Ich will da auf jeden Fall auch nochmal einen Look mit schminken und bei Instagram hochlade. Also folgt mir sehr gerne unter Jenny What Else YouTube auf Instagram. Da werde ich auch demnächst wieder sehr, sehr viel, ich werde richtig anziehen mit meiner Präsenz, weil ich habe wirklich einfach, ich arbeite jetzt auch bald ein bisschen weniger. Ja, also ich habe jetzt mal drei Nächte weniger im Monat, weil ich habe irgendwie in der Einrichtung, wo ich jetzt bin, super viele Nächte übernommen, weil da halt keine Sau irgendwie eine Nacht übernehmen wollte. Die viele Fachkräfte haben dann gleich sich so ein Attest geholt, dass sie keine Nachtschicht arbeiten. Und somit muss ich halt als Zeitarbeitlerin, kann ich natürlich, wenn ich natürlich das Geld möchte, mehr übernehmen. Aber ich habe das jetzt auch gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte auch mehr daheim sein. Der Kleine braucht mich, mein Mann braucht mich und deswegen möchte ich das auch nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mir so eine richtig schöne Nude-Palette geholt. Die Paletten sind nicht billig. Ich fand 30 Euro schon, habe ich. Ja, also 30 Euro ist für mich jetzt kein wenig Geld für eine Marke, die ich nicht kenne. Aber dadurch, dass ich halt viel gesehen habe, habe ich gedacht, probiere ich es. Und dann natürlich habe ich mir noch eine Regenbogenpalette bestellt von der Marke. Und zwar, da bin ich noch gar nicht wirklich reingegangen. Da bin ich so gespannt. Und ich glaube, ich werde auch separat Videos machen, nur von diesen zwei Paletten, um versuchen, einen schönen Augenlook zu machen. Aber ich finde die wirklich wunderschön. Das ist die Smoky-Palette und das ist wie die Nudes & Roots-Palette. Dann habe ich noch eine, ähm, dann habe ich eine ganze Tüte voll neuer Make-Up Revolution Produkte. Und zwar Make-Up Revolution kam jetzt raus mit neuen Produkten fürs Gesicht. Und, ähm, ich habe mir jetzt gedacht, ich werde mir jetzt alles und einige Sachen mal bestellen. Und zwar habe ich jetzt, weil ich halt echt, also so im Alltag auch immer wieder mal sowas brauche, einen Prime & Lock Revolution Longwear Eyeshadow Primer. Das ist ein Eyeshadow Primer, der sogar Farbe hat, ja, also nicht wenig Farbe. Und den tragt ihr praktisch auf eure Augenlid auf und das ist dann schön beppig. Und dann könnt ihr praktisch, das hat auch richtig viel Coverage, wie ihr seht, und dann könnt ihr praktisch Äderchen übergehen und so weiter. Und, äh, und also packe ich dann hier drauf und dann gebt ihr dann eure Lidschatten drauf. Soll wohl sehr gut verblendbar sein. Ähm, ich teste das mal aus. Ich glaube, die haben 7 Euro gekostet, die waren spottbillig. Also dafür das, also Primer Potion kostet halt echt so 20 Euro oder so. Ist nur so eine kleine Tube. Ihr braucht allerdings auch kaum was davon, das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, auf jeden Fall habe ich davon mal zwei bestellt, weil, ähm, ehrlich gesagt, eine, da bin ich mir immer so ganz unsicher, ob das halt, ähm, ich habe jetzt eins offen und eins habe ich geschlossen. Und es kommt in die Backups, ähm, weil ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, ich habe Revolution, ganz, ganz wenig solche Hilfsmittelprodukte, ähm, wie zum Beispiel Puder oder so, die sind bei mir nie schlecht gewesen. Also von dem her habe ich daher nochmal ein Backup. Ähm, die gibt es in verschiedensten Farben, aber ich habe jetzt ganz normal diesen da davon genommen. Dann habe ich zwei Puder gekauft. Und zwar habe ich einmal einen Bronzefarbenen Puder, wo ich mir vielleicht denke, vielleicht hat der ein bisschen zu rotstichig. Da muss man, glaube ich, ganz seicht mal ins Puder reingehen. Ähm, das sind gepresste Puder. Das sind eigentlich, also das möchte ich jetzt so ein bisschen zum Aufwärmen meines Gesichtes nehmen mit dem Konturierpuder drunter. Deswegen habe ich mir das Puder mal in einer dunkleren Farbe gekauft. Und in einer Farbe für mein Gesicht. Und zwar ist das die Farbe P5 und P13. Hat drei Euro gekostet. Muss ich einfach mal austesten. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Dann habe ich mir eine Mud Base Pore Blurring Full Coverage Foundation von Makeup Revolution gekauft. Die ist ganz neu. Die werde ich komplett in einem separaten Video testen mit den Concealern zusammen. Und ich bin echt gespannt, wie die funktionieren. Und dann habe ich hier noch Stick Concealer gekauft. Ich mag eigentlich Stick Concealer nicht so sehr, weil die teilweise echt, ja wie soll ich sagen, sind sehr cremig, aber teilweise machen die unglaublich schlechte Fältchen unter den Augen. Und da muss man echt gucken. Ich habe jetzt die Farben C2 und 6,5 geholt. Ich denke mal, das 6,5 geht eher so ins Gelbe. Ich hoffe, wie gesagt, dass es mir nicht so arg in die Fältchen kriegt, weil das ist halt so ein bisschen das Problem. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass dieser hier die cremige Konsistenz besser sein wird. Aber ich werde es auf jeden Fall austesten. Vielleicht bin ich auch überrascht. Das weiß ich nicht. Und ich habe ganz, ganz lange nach einem solchen Pinsel gesucht. Das ist voll schwierig. Ich habe einen Smudger Brush und zwar eine Brush Gifts gesucht, die genau dieses Köpfchen hat. Ich habe wirklich 100 Pinsel und habe einen Pinsel gesucht, wo ich praktisch die Farbe in meinem Wimpernkranz reindrücken kann. Und endlich habe ich die gefunden. Die hat mich nur 4 Euro gekostet. Ich werde die jetzt mal austesten. Und wenn dir was taugt, denke ich mir, werde ich beim nächsten Beauty-Bass Sale auf jeden Fall noch 2-3 Stück dazu holen. Das nächste Item, was ich euch gerne zeigen würde, sind die passenden Blush-Paletten. Ich finde Blush-Paletten wirklich super, super praktisch. Also von Clarity. Ihr müsst halt das so sehen. Allein diese Verpackung zeigt euch einfach, dass das jetzt nicht so für den... Das sieht einerseits irgendwie günstig aus, aber diese Paletten sind halt für Make-Up-Artists gedacht, die zum Beispiel, ich sag mal so, das ist so eher so eine Palette für Bräute. Ist echt so. So kühle Töne, leicht romantisch, aber sehr natürlich gehalten. Dann zum Beispiel solche sind natürlich... Also ihr habt hier so diese Make-Up-Artists-Paletten. Sind halt Paletten, die ihr benutzt, um viele verschiedene Klientel halt abzudecken. Und das ist natürlich ganz toll, wenn ihr halt ganz verschiedene schwarz und grau und blau und grün, dann so Aprikose, Terracotta, dann so ein tolles Gelb, was übrigens richtig toll ist, so ein richtig tolles Ocker-Gelb. Und da geht's also... Diese Paletten sehen auch meistens aus wie Sau, weil das halt wirklich wie eine Leinwand-Staffelei genutzt wird, dass man halt so ein Ding in die Hand nimmt und dann viele Kleckse drauf macht und mischt, bis man den perfekten Ton bekommt. Und so sind diese Sachen halt gedacht. Und ich bin mittlerweile halt auch so gern unterwegs. Viele der Looks, die ich halt schminke, leider Gottes. Ich weiß nicht, ich vergesse mal mal voll die schönen Bilder davon zu machen. Manchmal mache ich es auch und dann habe ich es vergessen hochzuladen. Sind wirklich tolle Looks entstanden, gerade in meinem Privatleben, wo ich sage, oh wow, das ist ja total krass rausgekommen. Und manchmal vergesse ich es halt einfach und deswegen, sorry, ich werde mich auf jeden Fall verbessern. Und ich habe hier auf jeden Fall die Blush Bomb in der Farbe Coral. Die fand ich richtig toll. Und zwar ist da immer ein Highlighter dabei, der sehr, sehr cremig ist. Ein super beaming Highlighter ist da dabei. Und dann sind noch immer zwei Blushtöne, ein matter und ein etwas mit Schimmer. Finde ich sehr, sehr cooles Konzept, weil ich sage mal so, ich bin ja zum Beispiel Ende des Jahres, habe ich mir jetzt gewünscht, möchte ich gern zu dem Musical Pretty Woman. Also wer es noch nicht gewusst hat, in Hamburg wird Pretty Woman ab dem, ich glaube Ende September, wird die Uhr aufgeführt und ist dann praktisch mit dieser tollen Geschichte von Vivian und ihrem ganz, ganz tollen Richard Gere mit Julia Roberts damals in der Hauptrolle. Ist ein absoluter Classic. Also ich liebe diesen Film, er ist einfach so echt und so schön. Und ich möchte auf jeden Fall mehr so travel-friendly Sachen dabei haben, weil ich hasse es einfach wie die Pest, wenn ich 100 Sachen mitnehme. Also ich habe letztes Mal schon beim Musical Besuch, ich glaube eine Palette mitgenommen, das hat mir gereicht. Und ich habe die noch in einem anderen Farbton geholt und zwar mit so rosa und pink. Und dann habe ich mir, das sind die letzten zwei Items von diesem Haul und habe ich mir die Dominique Cosmetics Berries & Cream Palette bestellt. Und zwar, ich weiß nicht, Dominique Christensen ist, also Christian Dominique ist eine ganz, ganz tolle YouTuberin. Die müsste, ich glaube, viereinhalb Millionen Abonnenten haben. Ist eine ganz, ganz bezaubernde junge Frau. Ich glaube, die hat ein Kind, ist verheiratet, auch wahnsinnig hübsch. Die hat jetzt praktisch eine eigene Make-up-Line und sie hat sehr, sehr hochwertige Produkte. Und zwar, ich drehe sie euch mal jetzt um, ist es dieses Farbschema. Unglaublich schön. Und ich kann euch jetzt nur mal so ein paar Sachen swatchen. Also gerade die Mattentöne sind der Oberknaller, das schwöre ich euch. Dieses Blaue, hammerhart, hammerhart, sage ich euch. Und die hat auch immer eine ganz tolle, sage ich mal, Variation an Farbtönen. Jetzt habe ich es an Farbtönen, ja, die es halt ganz selten gibt. Und die matten, sage ich euch. Die hatte die Latte-Palette, die benutze ich sehr, sehr gerne. Die liegt auch hier auf meinem Tisch als Alltagspalette. Die Latte-Palette ist eine Palette, die sehr viele Brauntöne hat und so. Die sind so geil. Und die Berries & Cream, ich fand auch die Namen sehr toll. Sie heißen Warm Pie, Chocolate Mousse, Sweet Cream, Cranberry, Sugar Cookie, Blueberry Muffin. Das ist wirklich die Farbe, die ich jetzt zu dem jetzt tragen würde. Die Mattentöne von diesen Christian Dominique Paletten sind unfassbar, unglaublich. Die sind so weich und auch, Leute, dieses, weiß ich nicht was, das ist, das sieht aus wie ein Schwarz, aber hat irgendwie noch so ein Shift in Bläulicht drunter. So geile Palette, sage ich euch. Die hat 39 Euro gekostet. Mit 10% war ich dann bei 36. Total schöne Palette. Also ich habe wirklich viele Paletten, aber da werden wir jetzt gleich zu kommen, warum ich mich jetzt auch für diesen No-Buy entschieden habe, für unnötig. Was ich auch euch empfehlen kann, ja, wenn ihr ein Produkt von dieser Beauty Bay Reihe, ich habe mir jetzt eine Highlight-Tablette gestellt, bekommt ihr als Dankeschön immer einen 10%-Code. Den habe ich jetzt hier, da ist hier, da schon immer so ein 10%-Code drauf. Den bekommt ihr dann, um praktisch 10% euch zu sparen bei einer Bestellung, der nächste, also die nächste Bestellung. Und ich habe mir jetzt eine, die haben mir ganz, ganz tolle Lidschattenpaletten rausgebracht, diese ganz fetten. Und die haben jetzt Highlighter-Paletten rausgebracht. Die sind der Hammer, sage ich euch. Die haben, also ihr geht, ihr geht ja drüber, ja. Ihr seht ja, dass das so ganz zart. Und das ist auch so eine, also ich hoffe, ihr könnt es sehen, gell. Also ich drücke es jetzt mal hier rein, ja. Das ist so eine Konsistenz, wie so ein Wet Set von Kylie, was die mal gesagt haben, ja. Leute, das ist so hardcore geil, das Ding. Die haben auch super, super schöne Töne da drin. Und die sind in so einer, ich kann es euch mal zeigen. Seht ihr das? Richtig, da könnt ihr eure Finger reindrücken. So viel Öl und so ist es da drin. Es sind einfach so hardcore krasse Paletten. Die kostet euch gerade mal 13,50 Euro. Ich bin hardcore geschockt, sage ich euch. Und das war jetzt auch schon mal ein Beauty Haul. Und jetzt komme ich mal zu dem Thema ganz zum Schluss. Meinen Low- beziehungsweise meinen No-Buy. Ich werde ab sofort... Hi, Nuki. Mein kleiner Partner fürs Leben hier. Der hat jetzt beschlossen, dass er von der Couch runter will und will auch mal gucken, was die Mutter macht. Also, ich möchte ab sofort in einen Low- und No-Buy gehen. No-Buy wird bei mir in dem Fall sein, dass ich keine Items mehr kaufen werde, die nicht reduziert sind. Außer eine Jeffree Star-Kollektion. Da muss ich euch sagen, da kann ich überhaupt nicht Nein sagen. Ich weiß, dass es demnächst die Blood Sugar 2 geben wird. Und da wird definitiv... Werde ich die kaufen. Das wird gar nichts dran vorbeigehen. Auch seine Lippenprodukte sind wirklich sehr, sehr toll. Und dadurch, dass die halt ehrlich gesagt immer out of stock sind, wenn halt bei Beauty Bay ein 30% Sale ist, lohnt es sich auch nicht zu warten, weil ihr trotzdem das Problem bekommen werdet. Ihr möchtet die kaufen. Das ist einfach so. Dann ist es halt bei mir einfach auf dem Grund bedingt. Ich habe sehr, sehr viel Make-up. Leute, ich habe hinter mir die Schubladen. Sind drei Stück voll. Und ich habe mir jetzt so eine ganz, ganz tolle Sammlung. Ich bin wahnsinnig stolz auf die. Das kostet ja auch alles ein Heidengeld. Aber ich bin mittlerweile so gesättigt. Alida und ich, wir telefonieren ja fast täglich. Und wir haben uns auch gesagt, wir können uns irgendwie an den Sachen, die wir besitzen, gar nicht mehr freuen. Man hat irgendwie immer mehr. Ich bin auch meistens immer sehr neugierig. Zum Beispiel jetzt Physicians Formula. Zum Beispiel diese Foundation gibt es ja schon seit einem Dreivierteljahr in Amerika. Und da haben alle erzählt, wie schön die ist und wie smooth und was weiß ich. Ja, und ich konnte die halt nicht testen. Und als ich sie natürlich hier bei Douglas gesehen habe, und dann war noch Rabatt 15 Prozent wenigstens, habe ich mich natürlich irre gefreut und gesagt, ja geil, weißt du, das benutze ich ja dann gleich den Ding-Code. Und das ist halt das Nächste, was ich euch sagen möchte. Ich werde nur noch im Rabatt kaufen. Sprich, in der Drogerie werde ich jetzt eigentlich meistens, also ich kaufe zum Beispiel jetzt das Essence und so. Ich habe jetzt mal durchgeguckt. Da werde ich mir auch nicht mehr mehrere Farben von kaufen, sondern werde grundsätzlich nur ein Item testen. Zum Beispiel jetzt eine Farbe. Und nur, wenn mir wirklich diese Konsistenz besonders gefällt, würde ich jetzt... Was machst du denn da, Nuka? Nuki weiß nicht, was er will, gell? Nuki weiß nicht, was er will. Und also ich werde jetzt zum Beispiel nicht mehr zwei, drei Lippenstifte kaufen, weil ich einfach die Farben toll finde, sondern ich werde einen einzigen mehr kaufen dürfen. Und dann werde ich schauen, okay, ist das was für mich, ja oder nein? Und wenn das nix ist, wird es weggeschmissen oder packe ich dann jemanden verschenkt, weil ich einfach... Ich habe auch teilweise Lippenstifte wegschmeißen müssen, weil zum Beispiel die... Die gingen gar nicht. Also erstens, mein Lippenprodukt ist eh so eine Sache, ja. Aber da war ich überhaupt nicht zufrieden. Dann hatte ich da noch fünf andere Farben hier rumliegen und das geht halt gar nicht, ja. Und das möchte ich einfach vermeiden. Dann möchte ich sehr viel mehr mit meinen alten Produkten arbeiten. Ich habe jetzt hier wirklich... Also ich möchte natürlich... Also es wird auch darüber Reviews geben. Also ich werde jetzt sehr viel aktiver werden auf YouTube, weil einfach mir der Kanal sehr wichtig ist. Und ich dieses Jahr wenigstens noch... Also ich habe bei 3000 Abonnenten mal angepeilt und ich möchte das auch unbedingt schaffen dieses Jahr. Und ich habe einfach so schöne Produkte, denen ich gar nicht genug Liebe schenken kann. Ich benutze jeden Tag andere Produkte. Also ich habe jetzt mittlerweile ein Körbchen auf dem Tisch stehen, wo ich jeden Tag rollierend zeige. Ich möchte das auch euch zeigen morgens. Also wenn ich bei Instagram in Zukunft mir den Korb zeige, möchte ich euch den Korb zeigen und anschließend auch eventuell den Make-Up-Loop hochladen, was ich daraus gemacht habe. Ich schminke mich eigentlich fast täglich. Also diese CC-Cream zum Beispiel, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich die in den nächsten Rabattding auf jeden Fall groß kaufen werde, weil die einfach wunderschön ist. Dann werde ich größere Einkäufe nur noch bei diesen 30% Beauty-Base-Sales oder 20% machen, weil dieses Jahr ist einfach sehr viel anderes, sehr viel wichtiger. Also wir möchten ja in Urlaub, wir möchten ja nach New York, also es ist Ende des Jahres geplant. Also Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang nächstes Jahr zu meinem 31. Geburtstag. und ich möchte einfach mehr genießen können. Ihr merkt das auch einfach, wenn ihr halt kauft. Auf der Glow zum Beispiel, also da habe ich das in Berlin zum Beispiel ganz krass gemerkt. Also mein Mann hat schon gedacht, ich wäre krank, weil ich habe wirklich nur noch Sachen gekauft, die mir echt irgendwie ins Auge gesprungen sind. Aber das war halt auch nicht mehr viel, weil ihr habt halt so viel und irgendwie seid ihr dann so, ja, ja, das hast du halt schon und das gefällt dir nicht. Und ihr werdet halt einfach sehr viel mehr picky mit den Sachen, die euch gefallen und ich möchte einfach mehr Genuss drin haben und ich möchte halt auch mal eine Foundation einfach aufbrauchen, ja. Alida zum Beispiel macht das sehr, sehr regelmäßig, also dass sie wirklich eine Foundation aufs Verrecken auf den Tisch stellt und die leer macht. Da schminkt die sich aber teilweise bewusst drei, vier Wochen mit. Sie findet es auch nicht immer toll, das sagt sie auch immer, man sagt sie, ja, sie würde jetzt gerne auch mal was anderes nutzen oder so mit einem anderen Finish, aber sagt dann halt, ja, bevor ich halt die da nicht leer habe, bringt es mir nichts, weil dann kann ich auch keine andere anfangen und ich habe jetzt hier locker zehn Foundations offen, die ich halt nach und nach testen möchte. Es sind auch teure Foundations dabei. Ich habe mich auch bewusst zum Beispiel gegen verschiedensten Sachen entschieden, zum Beispiel ich wollte die Hourglass finden, dieses Vale flüssige Foundation, nicht den Stick, sondern diese flüssige Foundation. Leute, die kostet 60 Euro, das ist krank. Also ich sage euch ehrlich, für meinen Alltaggebrauch, ja, also ich muss euch sagen, zum Beispiel die da benutze ich gerade unfassbar gerne. Nur dieser Dropper pisst mich an, weil ich einfach ihn hasse wie die Pest. Die sieht halt aus wie meine Fenty Foundation. Meine Fenty Foundation habe ich jetzt schon halb aufgebraucht, da bin ich jetzt auch stolz drauf und ich habe jetzt einfach so ein Bedürfnis danach, also einfach meine Sachen mehr auszunutzen. Auch meine Bronzer zum Beispiel, also Leute, ich sage euch ehrlich, ich weiß nicht, wann ich die aufbrauchen soll. Dadurch, dass, also ich benutze mein Make-up wirklich ewig, also wenn die zehn Jahre hier liegen, das macht bei Foundation nicht. Mascara habe ich eine einzige offen, weil ich ehrlich gesagt, Wimpern täuschen, Entschuldigung, ist jetzt ehrlich gesagt nicht so meins, weil ich mag es halt gerade nicht. Ich habe jetzt meine Revolution aufgebraucht und habe jetzt diese zwei in Benutzung von Essence zum Beispiel. Die benutze ich dann aber auch immer gleich. Sollte mir der Volumen halt nicht reichen, kommen halt Lashes drauf und fertig. Und ich denke, man sollte sich halt echt Gedanken machen über den Konsum, den man teilweise rausschmeißt an Geld. Das waren im Monat, also in den Black Friday Wochen waren das halt echt 800 Euro, ja, die ihr halt über mehrere Bestellungen, über eineinhalb Monate auch rausgehauen habe. Also ich muss sagen, ich habe aber das Geld gespart gehabt, ja, weil ich wusste, dass es so eine Eskalation gibt. Aber, ähm, ich habe halt nur ein Gesicht und ich weiß halt nicht, wohin mit den ganzen Sachen. Ähm, ich, also ich weiß halt, dass ich, wenn ich die nicht toll finden werde, dass die wieder in irgendeiner Dose landet und ich weiß nicht mehr, wohin damit. Sowas muss halt einfach aufhören. Ähm, ich habe das jetzt dem Monat wieder mehr ausgedehnt, weil halt viele neue Launches rausgekommen sind. Ähm, ich werde mir auch nicht mehr mehr wie vier, vier teurere Items im Monat leisten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dominic Christensen oder so, also mein Budget, ähm, habe ich jetzt auf 100 Euro im Monat runtergeschraubt. Das heißt, wenn ich mir was kaufen möchte, auch nachgekaufte Sachen wie Lippenprodukte oder sowas, dann muss es in den 100 Euro bleiben, denn 100 Euro ist absolut genug Geld, um sich eine Foundation nachzukaufen. Also so eine CC-Cream kostet halt 35 Euro. Das ist verdammt viel Geld, ja. Und deswegen möchte ich es auf 100 Euro lassen und ich möchte einfach, wie gesagt, die Produkte genießen können. Ich möchte mich schminken können und ich weiß, dass ich so tolle Looks aus den Sachen zaubern kann, die ich bereits habe. Deswegen hoffe ich, dass ihr das super nachvollziehen könnt und ich werde einfach für euch mehr Looks schminken. Ich habe jetzt irgendwie doch mehr Lust gehabt auf Tutorials. Ich werde mich darauf wieder ein bisschen mehr spezialisieren, weil ich das einfach, glaube ich, ganz gut kann und ich einfach hoffe, dass ich da mehr Spaß dran habe. Und in dem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Abend. Den Stinker werde ich jetzt zum E-Leiter zulegen, weil dem fallen schon die großen Froschaugen zu. Geh, Froschi? Froschi, Froschi! Froschi, Froschi! Oh, der ist so süß. Und dadurch, dass ich halt auch einfach andere Kostenstellen habe, nächstes Jahr zum Beispiel möchten wir ein Baby, wir möchten ein Menschenkind zeugen. Wir möchten Familie und wir möchten halt nicht ewig warten. Dann kommt ja auch noch eine Hochzeit und vielleicht bin ich dann auch schwanger, vielleicht auch nicht. Das werden wir dann sehen, was der liebe Gott mir schenkt oder eben nicht. Und ich möchte einfach, wie gesagt, vor allen Dingen, ich möchte nicht mehr Platz verschwenden. Es ist wirklich heftig, was man am Platz benötigt, wenn man so viel Make-up hat. Das ist echt krank, 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 krank. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich hoffe, dass es vielleicht euch eine kleine Anregung ist. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Damit würde ich auch gerne die Kommentarbox eröffnen für euch, um die Diskussion zu starten. Was haltet ihr von Low Buy, No Buy? Könnt ihr das einhalten? Wird es euch sehr schwer fallen? Was zum Beispiel werdet ihr auf jeden Fall lockerer schaffen und was halt nicht? Bei mir wird es halt schwierig mit Lidschattenpaletten. Also ich weiß halt, dass Lidschattenpaletten echt ein Schwachpunkt bei mir sind. Ja, ich habe aber leider zu viel. Hier liegen tausende Euro und ich sehe es einfach nicht mehr ein. Und wie gesagt, das dem Monat war der letzte größte Haul und dann kommen nur noch die Hauls mit Rabatten. Oder wenn ich sage, oh mein Gott, das ist jetzt was sehr Innovatives oder so, dann Highlighter zum Beispiel werde ich mich auch definitiv einschränken müssen. Das ist einfach so, ja. Und ansonsten werden jetzt ganz viele Reviews für euch kommen und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr zum Beispiel jetzt von der Palette was sehen wollt oder wollt ihr zum Beispiel eine Review zum Beispiel allein über die Highlighterpalette von Beauty Bay zum Beispiel. Vielleicht interessiert euch das. Und ich würde mich auch wahnsinnig über eure anregenden Kommentare in der Kommentarbox freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald nächste Woche am Freitag wieder, meine Lieben. Und ich werde euch nicht beim Stich lassen. Ich habe einfach die Zeit für mich gebraucht. Und dadurch, dass ich jetzt auch nächste Woche zwar arbeite, aber übernächste davon neun Tage frei habe, werde ich jeden Tag ein paar Videos produzieren, werde vorproduzieren, damit ihr praktisch immer euren Content bekommt und ich auch ehrlich gesagt meinen Pensum wieder einhalte. Ich habe teilweise dreimal die Woche hochgeladen. Das schaffe ich jetzt einfach noch nicht mehr. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine Lieben. Und ich habe euch lieb und passt auf euch auf.